Was macht er jetzt, der Kölner Keeper? Schumacher mit der Hacke. Auf Lothar Matthäus, der hat den Kopf oben, langer Ball Matthäus. Wahnsinn, genau in den Lauf von Podolski, das ist die große Gelegenheit, aber Meier spielt super mit Sepp Meier. Was macht der? Was macht Sepp Meier? Nehmt uns alle auf die Schippe und das ist sensationelle Ballbehandlung. Jupp Heynckes kann er immer noch. Schluss jetzt, weiter geht es mit dem Gladbacher, mit Max Eberl, Einwurf auf Diego, mit dem Rücken, wunderbar, Kenschke, der weiter auf Brian Laudrup. Laudrup, der Däne, was für eine Ballbehandlung, nicht von der Kugel zu trennen. Laudrup, immer noch Laudrup mit dem Durchstück auf Grafic. Über die linke Außenbahn, Grafic gegen den Ersten, Grafic gegen den Zweiten, Grafic gegen den Keeper, gegen den Vierten, gegen den Fünften. Mit der Hacke ein Wahnsinnstor, das ist Bundesliga. Irre.